So meine Herren und Damen, herzlich willkommen zu State of Decay. Wir hauen das nächste Seuchenherz direkt weg, weil hier ist ja eins direkt fast ums Eck. Anscheinend hier in der Hütte drin. Wie kann ich diese Arbeit wiederholen? Fier in die Haube! Das ist ja noch nicht, Amor. Noch nicht tot. I found some things that just might be useful. There goes my last shot. It's hurting! Don't let up now! Don't let up now! Don't let up now! I should reload. ... by 12% and rising. Excellent. Whatever you're doing out there, keep it up. Nice. Es haben auch extrem viele Slots wieder frei. Das ist natürlich richtig nice. Almost out. Ah. Ah, hier ist nochmal Termin. So, sind wir wieder voll geheilt. Gut. Jawohl, da ist ja noch ein Backpack drin. Das kann man eigentlich mitnehmen. Gut. 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 Da ist auch noch einiges drin. Jetzt überlege ich gerade. Was kann ich noch mitnehmen, was interessant ist? Ja, ich habe auch gar keine Pfeile mehr, sehe ich gerade. Den legen wir jetzt mal ab. Und Also auch nicht, ich glaube ich habe nicht im Kofferraum noch. Nein. Ah, die hat anscheinend keinen Schalldämpfer. Nein, die hat keinen Schalldämpfer. Ah, okay. Der wäre interessant, aber wir haben da leider zu wenig Zeug für. Wir müssen hier so oder so nochmal hin, weil ich möchte das da unbedingt haben. Könnte man ja einfach geradeaus durchbrettern. Albertsch waren es im Kofferraum. Dive mir pas und preview Okay, dann rechts, dann links. Okay, 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 dann links. Hey, Chavez, you out there? Okay. 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 Yeah. Okay. 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 mal noch kurz ab trinke ich noch kurzen schluck das war mal jetzt noch kurz ab und dann guck mal was der effekt ist oh das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja Ja, wenn es nicht stattdann verschwinde Ich glaube Pfeile haben wir keinen mehr Ne, da haben wir keine Pfeile mehr Das ist mit dem Knarren ohne Ende Und ohne Ende Schrot-Munition Ja, ja Sind hier aber keine in der Nähe Horten sind hier ein paar Aber hier sind auch ein paar Ich glaube Okay 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 So Okay 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 Um, Kloff Chito Hey amigo Es Chavez You still looking for a bunk? Oh shit Chavez I thought you gave up on the whole team thing Nah, not me Somebody just moved into my old red talon base Let me guess They need help fixing up the workshop? Yeah, we can swing a deal Come over That's damn nice That's damn nice of you Unless we improve our storage Things are gonna keep getting broken Und wohin? Ach, da runter Ach, der ist da oben Ah, da ist sehbart Oder ist das ein Zombie Ähm, hast du irgendwelche Stats, die Abfrissexperte? Das klingt natürlich heiß Ah, der ist ja nicht weit weg Na, dann komm Ja, der ist ja halb um Säck Dann komm Dann fahr mal hin Ah, so you're in the old red talon base, huh? Man, that place used to be sweet Okay, almost there Gotta watch my back While I find the stash Got it? Yeah I should reload Fuckin' this is trash Fuckin' this is trash So tired I'm on my last mag Sounds like they made me Fuckin' this is trash Fuckin' this has bacterial Oh, shit, man, it's a feral. We got company. Shit, we needed that. There's a lot of mechanics. Shit, we need to go to a group that's got their shit together. In fact, I think we'd make a great team. I'd be honored to join you, if you'd have me. Klar, warum nicht? Klar, warum nicht? Ist jederzeit willkommen. What do you say? I'm gonna join up and start fixing that workshop. Oh, warum nicht? Thanks for letting me join you. Hey, now that I'm here, you can kick off that workshop repair job anytime. Until then, I'll just show myself around the place a bit. It's probably safer, if you don't get to know me too well. Well, for you, I mean. Let's go. Let's go. Let's go. These plague hearts are really messing with the neighborhood. ja regt mich nicht auf so ja 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 brauchen wir noch einen solchen herz also muni haben eigentlich ohne ende der zeit wer oh shit ja da können wir hinfahren das können wir machen ja 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 Ach der kostenlosen Strom, ok. Ok, das passt. Kann man ja hier zuerst den Infektionsherden machen. Dann machen wir noch den Infektionsherd. Dann kommen wir zu dem Funkspruch. Okay. 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 Wo müssen wir denn hin? Dann können wir ja theoretisch... Okay. 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 Oh shit, wir haben gar keinen Sprit. Könnt man gleich reintanken, ne? Aber ich hab keinen Sprit weggenommen, ich vollidiot. Ich hab keinen Sprit weggenommen. 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 Ach du heilige. Schrei. Ich werde mich ein bisschen abschneiden. Oh, du bett ihr ass, dass sie das gehört haben. Oh, du bett. Ist das eine Frau? Das ist eine Frau! Das ist eine Frau. Ich glaube nicht. Ich habe eine gute Idee. Ja. Es ist Zeit, zu erzeugen. Ich hätte sie umlegen sollen. Ich hätte sie töten sollen. Ich wollte sie meiner Gang, aber... Ich habe sie mit einem Platz so nah zu einem Plagueheart. Was sie haben? Und ich bin weg. Nice. Oh, du bett ihr ass, dass sie das gehört haben. Es ist zeitig, die in der Frust da fand. Oh, was ist es? Oh, das ist das. Ich sage dir. Oh, was ist das? Okay. Schauen wir mal, dass wir vorbeikommen. Den Koloss möchte ich natürlich jetzt nicht auf den Plan rufen. Kein Bock. Aber ich habe schon mal wirklich viel Zeit. Ich habe nicht mehr Zeit, dass ich wo genau war. Wie man ein Möbel tomorrow ist? Ja, ich habe drei Geräusche, ich werde noch einmal sehen. Ich habe keinen Moment, ich kann mich nicht verlieren. Und ich habe mich auch nicht. Ich habe mich auch nicht mit, was ich habe. Toolkit, das kann man natürlich gebrauchen. Das ist ein Wettbewerb. Na gut, dann fahren wir. Ja, ich möchte mich nicht so einem Koloss stellen, da habe ich gar keinen Bock. Die fressen unengen Ammunitionen, davon habe ich jetzt gar keine Lust. Ah, das ist Strom, das gefällt mir schon mal gut, aber ich möchte noch ein paar hundert Punkte mehr auf meiner Uhr haben. Das war's. Ah, da checken wir auch mal kurz ein. Hm, hm. Ah, da checken wir auch mal kurz ein. Oh, I love this place. Feels like home. Thanks for taking care of that. Ah, da checken wir auch mal kurz. Oh, shit. Kann ich meine Fähigkeiten noch mal verbessern? Ja, das ist echt ein Mut. Genau. Ah, da checken wir auch mal. Vielen Dank.